hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video freunde und zwar werden wir heute die rost optik von der firma alpina machen wir gucken uns das produkt an was ist dabei wie wird es ausgeführt schritt für schritt also dranbleiben denn nach den intro geht's los und falls euch mein content gefällt abonnieren nicht vergessen so freunde was machen wir heute wir werden heute eine rost optik von alpina die habe ich im obi gekauft genau werden wir heute aufbringen bzw versuchen und gucken wie sieht es aus wie lässt es sich verarbeiten und genau wie ist das endresultat im allgemeinen das werde ich heute auf diesen untergrund machen hier hatten wir vorher zwei drei techniken drauf gemacht das video verlinke ich euch hier oben und auch noch mal in der video beschreibung und den untergrund habe ich einmal mit haftgrund grundiert und dann einen dünnen deck anstrich drauf gebracht deck noch nicht so ganz ist aber nicht schlimm und jetzt gucken wir uns erstmal die rost optik an so dann schauen wir uns mal an was hier alles drin ist wir können oben schon mal sehen einmal sind 0,4 liter optik rost orange drin dann ist hier einmal 0,8 liter optik rost braun und dann haben wir hier einmal noch drinnen eine effekt bürste von alpina die effekt bürste werden wir mal gucken ob die sich von anderen bürsten unterscheidet weil ansonsten könnte man die sich auch theoretisch sparen ansonsten was wird einfach noch beschrieben einmal die arbeitsschritte man kann es einmal von oben nach unten machen dann kann man es seitlich machen und kreuz und quer was steht ansonsten noch drauf rost optik wird in einen arbeitsschritt verarbeitet beide materialien werden abwechselnd aufgebürstet und direkt verteilt mit alpina effekt bürste bei der materialien abwechselnd auf die fläche auftragen leicht ineinander verbürsten sie können die farben senkrecht waagerecht oder kreuz und quer verarbeiten so entscheiden sie die optik des rost nach geschmack die menge der einzelnen farbtöne wählen so entsteht eine individuelle oberfläche die fläche von einer ecke zur anderen stück für stück fertig stellen die einzigartige oberflächen struktur der farbrezept rost optik entsteht durch einen speziellen effekt quarzsand in der farbe tipp tragen sie nicht zu viel material auf so können sie den quarzsand besser mit der bürste verteilen also wir haben hier einmal zwei produkte zwei eingefärbte produkte und eine effekt bürste die produkte haben einen quarzsand anteil der die optik beziehungsweise den effekt des rostes dann sozusagen verstärkt beziehungsweise hervorholt also eigentlich für jeden laien gut geeignet so dann machen wir mal das ding auf so wir haben einmal der rost effekt das sind die 0,4 liter und dann haben wir einmal die rost optik rost effekt 0,8 das rost braun und dann haben wir diese effekt bürste noch hier wie ich es mir schon dachte es ist eine ganz normale lasurbürste also es sind auch ganz normale borsten eines lasur pinsel also da kann man wirklich jeden anderen pinsel nehmen ist einfach bloß zum auftragen kannst du wirklich jede bürste nehmen aber egal gab es mit dazu wir machen es fachgerecht also so und ansonsten steht auf den eimern hier nichts weiter drauf nur was es für ein farbton ist und genau wie viel liter hier drin sind ja ich habe von den orange 0,4 liter von dem rost braun natürlich 0,8 müssen wir mal schauen wie das wird und dann haben wir noch die gewisse eigenschaften der rost optik und zwar befindet die sich auf der rückseite und zwar steht so was drauf wie die eigenschaften für in wasser verdünnbar geruchsraum reinigungsfähig mit wasser geeignete untergründe muss trocken sauber und tragfähig sein also eine gut grundierte wand auch wenn dispersionsanstriche drauf sind kein problem was haben wir noch geeignet sind folgende glatte innenflächen mauerwerk verputzt grundierte gips kartonplatten deckenplatten dispersions alt anstriche und festhaftende tapeten die mit einem dispersionskleber verklebt wurden ok safe hinweise bei grober raufwasser wird die optik beeinträchtigt sollte klar sein effektfarbe für innen für einzigartiges rost design ist klar mit farbrezepte rost optik lässt sich die optik von rost ganz einfach an die wand bringen durch die farbtöne rost braun und rost orange entstehen helldunkle effekte die eine rost typische unregelmäßig optik bewirken gut alles klar die richtige vorbereitung und zwar steht hier kontrastreiche sowie unbehandelte untergründe sollten mit alpina tiefengrund lf vorbehandelt werden trockenzeit 12 stunden bei 20 grad und bei einer renovierung wenn man zweck haben will sollte man einfach nur die fläche mit einer hochwertigen wandfarbe wie alpina weiß überstreichen gleich mal werbung gemacht warum auch nicht also wenn ihr eine wand habt am besten grundieren vielleicht mal eine dünne farbschicht weiß drauf damit ein einheitliches gesamtbild gewährleistet wird und dann macht ihr auf jeden fall nichts falsch denn wenn jetzt irgendwelche dunklen stellen in der wand habt will ich die dann später nicht in meiner rost optik sehen so dann schnappe ich mir jetzt mal mein zeug und ab jetzt an die wand so freunde wickeln jetzt ab und dann würde ich sagen werden wir da hinten werden wir die rost optik von oben nach unten machen und auf der rechten seite würde ich gerne kreuz und quer machen weil ich denke mal eine rost optik von links nach rechts oder rechts nach links ist nicht so typisch also ich mag es eher von oben nach unten das werden wir dann machen links und hier rechts wenn wir dann kreuz und quer machen und dann werden wir mal sehen was besser aussieht beziehungsweise ob man dann überhaupt ein unterschied erkennt zwischen den zwei varianten jetzt werde ich erstmal unsere eimerchen öffnen und die welche so auf den großen eimer werde ich die jetzt so drauf lassen damit ich wirklich hier auch schön arbeiten kann ich zeige euch das mal wie das aussieht ja ok es sieht schon geil aus oder hat war es nicht schlecht und dann haben wir noch das orange wieso macht man denn das so fest seht ihr es mensch nicht schlecht na dann ab los man muss halt jetzt nur darauf achten dass man ein bisschen mehr von den rostbrauen verwendet weil man hat nicht so viel von dem orange ne also da hätte man vielleicht schon gleich viel von den beiden formen aber egal wir machen erstmal los ja 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 so freunde die erste seite ist fertig und jetzt werden wir hier kreuz und quer einfach drauf machen so freunde das ist das endergebnis wir sind jetzt mehr fertig. Einmal die wilde Seite und einmal von oben nach unten. Das lassen wir uns oft trocknen und morgen sehen wir uns wieder und dann werden wir sehen, wie das Produkt abschneidet. So Freunde und hier ist unsere Rostoptik. Also ich muss sagen, das Ergebnis ist schon mal nicht schlecht, aber so richtig holt mich das jetzt nicht ab. So ganz Rost ist es nicht, aber es ist schon mal ein cooler Effekt, coole Farbkombination und alles in allem macht es einen guten Eindruck. Es erinnert vielleicht ein wenig an Rost, aber ich finde immer noch, Rost sieht noch ein wenig anders aus, aber dafür, dass es jeder ausführen kann, ist es ein gutes Produkt. Ob es nun vom optischen her euch entspricht, das müsst ihr für euch selber entscheiden. Als Tipp kann ich euch mitgeben, die Farbe schön umrühren, damit der Quarzsand auch gleichmäßig in dem Eimer dann verteilt ist, damit ihr das auch gleichmäßig auftragen könnt. Und wenn ihr die Wand komplett aufgetragen habt, am besten in den Varianten von oben nach unten und links und rechts, am Ende nochmal schön mit der Effektbürste über alles komplett drüber gehen, von links nach rechts. Ansonsten könnt ihr mir gerne in den Kommentaren schreiben, wie ihr diese Optik findet. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal für mehr und ansonsten sage ich, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao! 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 Bis zum nächsten Mal.